Karne kommt. Bayern einigt mit Stürmerstar. Nachdem sich der FC Bayern gestern mit Tottenham Hotspur geeinigt hat, ist Kehns Zusagen nun erfüllt. Die langen Rundreisen sind vorbei. Nachrichten Karne war am Samstag dort. Hinter dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur laufen harte Verhandlungen, doch nun scheint alles klar. In letzten Wochen führten die beiden Vereine intensive Verhandlungen um Harry Kane, 30. Gestern einigte man sich auf eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro, doch die Zusage des 30-Jährigen fehlt noch. David Ornstein und Fabrizio Romane van Schaar und die Athletic berichten, dass der Stürmer einen Deal mit den Bayern vereinbart hat. Während der FC Bayern hinsichtlich der Aufnahme von Karne optimistisch ist, sind die Briten skeptisch. Da sie die aktuelle Entwicklung der Spurs unter dem neuen Trainer Ange Postekjögle bevorzugen werden. Allerdings hat er beim FC Bayern München einen Vertrag bis 2027 und wird heute in München eintreffen. Dann ist seine medizinische Untersuchung fällig und wenn alles gut geht, könnte er am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig auflaufen. Das unermüdliche Streben des FC Bayern nach Englands Kapitänsamt scheint sich ausgezahlt zu haben. Jetzt sich die Grenze zu verweilen. So ist es den ersten 30-Jährigen, dass die Quarke und die Vor- und die Behandlung mit den Lebensjahrer sind, so schauen Sie sich über die Wälder und sie sich über die Bordel komen ab Northernen können.